Und da bin ich auch schon wieder zu einer neuen Folge. Hier ist wieder euer Sperros zu etwas mehr Battlefield 4. Hier, das letzte Mal ist viel passiert. Überlänge, dann Dima ist gestorben und ich starte hier einfach mal etwas weiter zurück. Ich markiere erstmal die Feinde, ja. Ich starte hier etwas weiter zurück, weil ich mir doch erstmal ein paar andere Munitionen holen will. Da war ich schon etwas voreilig. Gut, ich markiere hier erstmal noch ein paar. Da hinten ist doch noch eine Luftabwehr. So, da ist noch ein Gegner. Ich frage mich, wie wir die jetzt alle schaffen sollen. Mal schauen. Erstmal hier neue Waffen holen. Gut, ich habe die Scar und die Rex. Ansonsten haben wir hier nicht ganz zu viel Neues. Da werde ich hier wohl mal wieder meinen Scharfschützen nehmen. Und hier, das Ding hat mehr Stabilität, aber weniger Reichweite und Präzision. Ich weiß nicht, was ich dann hier nehmen soll. Soll ich mal die CZ ausprobieren? Karabiner eher weniger. Ja, ich probiere mal diese CZ da aus. Die hat ja immerhin auch ein Vergrößerer und so. Ja, wieso nicht? Fahrzeug, Fahrzeug, runter, schnell! Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Und wie? Die Rex müssen unterstützen, Shayk! So, Panzerabwehrmine und Sprengstoff werden. So, ich weiß ja nicht, was ich hier so Stealth-mäßig alles machen kann ohne Schalldämpfer. Ich werde mal schauen sollen, ob ich meine Dinger nicht irgendwie modifizieren kann, meine Waffen. Ja, die rennt da einfach vor. Genau. Panzer ist anscheinend gerade nicht auf dem Weg hierher. Mal schauen, vielleicht wird das ja was. So, jetzt haben wir jedenfalls eine bessere Position, finde ich jedenfalls. Was ist mit DMP? So. Den zerlegt. So, auch noch Backe-Sniper. So, fahr über meine verdammte Mine, du Panzer-Dings. Nein, nicht auf mich, fahr einfach über meine Mine. So, Kopfschreffer. Hallo, über meine Mine, habe ich gesagt. Eieieieiei, was ist denn das? Was hat mich da bitte getroffen? Wie kann mich der Panzer-Äh, dieses Teil von da oben treffen? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Gut, ich nehme wieder die CZ und den Sniper. Ich verstehe. Kann ich die Dinger nicht irgendwie modifizieren? Nein. Ich hätte ja gern irgendwas mit Schalldämpfer. So, wieder alle markieren. Ja, runter, das wird überbewertet. So, da hinten einer. Ja, Raketenwerfer auf dem Dach kennen wir schon. So, dann wieder dieses Zeugs da hier. Das ist doch alles recht einfach. Easy going. So, wo soll jetzt hier ein Raketenwerfer sein? Nicht auf diesem Dach, wie es scheint. Die reden immer von dem Teil da vorne. Das Kord folgt mir natürlich immer überall hin. So, kann ich das Ding da nicht irgendwie mit C4 ausstatten? Hallo. Fahr da mal weg. Guck, guck. Weg da. Der Soldat da auch. Und? Ihr meint, ist das Ding schon mal kaputt? So, Mann. Jetzt kommt sie nicht mal. Ach, das wird doch so nix. Ich meine, habe ich den Panzer jetzt so erlegen können? Oder nein? Das Ding heißt ja LMG, nicht Panzer. Ey, sterb doch. Das kann doch nicht so schwer sein. Ey, wieso, wieso sterben die denn nicht? Wie viele Kugeln stecken die denn ein? Und die sind auch so blöd. Renn einfach vor. Dabei stehe ich hier. So, das Ding auch mal nachladen. Ich drob die Entfernung etwas hoch. Und dann gibt's hier Headshots. Alter, hört doch mit euren fucking Granaten auf. So. Ey, reicht die Reichweite hier noch nicht? Das gibt's doch nicht. Wieso treffe ich den denn nicht? Was zur Hölle? Wieso treffe ich den nicht? Ich habe doch klare Sicht auf den. So, dann halt so. Gibt's doch nicht. Dass man den da nicht trifft. So, sind hier noch mehr? Nein. Ah, da vorne ist noch was. Ähm. Ja. Oh, verdammt. Naja, das war jetzt gerade nicht so toll. Ey, wie viele Kugeln stecken die denn ein? Gibt's doch nicht hier. Echt? Hallo? Kann ich das Ding hier nicht irgendwie benutzen? Schnell zurück hier in die Deckung. Ich will mir jetzt mal das Ding hier drüben schnappen. Ich weiß, das ist eine Luftabwehr, aber damit kann man auch auf Infanterie schießen. So, wo rennt ihr hin? Fucking Mauer. Ist auch nicht. So. Feind eliminiert. Da drüben auch noch. Ja, ich weiß, das ist Luftabwehr, aber damit kann man eben auch Infanterie abschießen. Ein Schuss hält das Ding aus. Verdammt. Das gefällt mir nicht. Nein, eigentlich, weil ich das andere teile. Ich habe immer noch keine Raketen. Die haben da überall Raketenwerfer. Verdammt, die haben Luftabwehr, übrigens. Da muss ich ja bauen, wie mit C4 hin oder so. Ich habe doch 150 Meter eingestellt. Na also, verdammt, meine Deckung. Ja, das war knapp. Alter. Hör doch auf mit deinem verdammten Geballer. Uns zerfällt hier mit der Zeit die Deckung. Ist hier oben drinnen nicht irgendwas. Immerhin ist das hier... Alter. Geh doch einfach mal hier rein. Ähm, ja. So. Da ist einer. Schönen Kopfschuss. Alter, hier zerfällt ja alles. Dummes Teil. Ich muss da irgendwie mit C4 ran. Wieso weißt du, wo ich spinne? Fuck. Aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Weil das Ding die ganze Zeit auf mich ballert. Ach, verdammt, da vorne ist das Teil ja. So, das kann doch nicht so schwer sein. So, schön gemacht. So, schön gemacht. So, will ich das sehen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Raum hier. Wir sind wieder weiter vorgestoßen. Verdammt. Die haben ja immer noch ihre dummen Raketen. Und wie viele Raketen haben die denn hier postiert. Da oben. Verdammt. Na gut. Das Squad hat ihn gekillt. Ey, du kannst doch nicht doch mal. Also. Sind noch irgendwo welche? Ey, geht doch da durch. So, wo ist noch mehr? Ach, da hinter mir. Da wäre jetzt die andere Waffe besser gewesen. Aber was soll's. Hier war doch gerade noch einer. Verdammt. Das war ja total daneben. Ich glaube, muss ich noch etwas an meinen Zielen üben. Eieiei. Nein, böse. Aus. Von wo schießen die hier drüben, bitte? Da oben. Und der wurde vom Squad erlegt. Dann gucke ich mal hier. Wenn Häuserkampf ist, ist doch immer ganz nice. Jedenfalls, wenn man selber im Haus ist und der Gegner nicht, dann kann man den schön verarschen. Das war gerade etwas ungeschickt. Aber wieso nicht snipern? Ja, jetzt ballert den doch ab. Mann, wenn der die ganze Zeit auf mich ballert, kann ich nicht zielen. Das wackelt dann zu sehr. So, endlich. Endlich. So, und weiter geht's. Ganz schöner Deckungskampf hier. Überall steht hier so Raketenpost hier. Hoffentlich kann ich das Ding hier diesmal benutzen. So, irgendwas... Ah, da drüben war gerade ein Gegner. Nein, ich bleibe eigentlich bei dem Ding hier vorbei. Nein, ich bleibe dabei. Oder, nein, ich wechsle zu AUG einfach mal. So, weg. Hier war noch einer. So, auch weg. Alter. Wieso fällt der denn nicht um? Ähm. Äh, ich glaube, ich gucke in die falsche Richtung. Das Ding war in die andere Richtung aufgestellt. Das war gerade etwas kontraproduktiv. Verdammt, Granate. Hör doch auf auf mich zu fallen. So, und ich auch noch. Und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich will ja diesmal nicht so viel Überlänge machen. Ich bedanke mich wieder für's Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie immer, teilen, abonnieren, favorisieren. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.